Nur, wo bleibt die Aufklärung der Morde? Wir sind bisher keinen Schritt weitergekommen. Ich verstehe, der Druck von oben. Frank, ich mache hier so lange Druck, solange ein Mörder herumläuft, der in unserem Abschnitt einen Mann beim Duschen umgebracht hat. Und die Mädchen? Jeder Mord ist in mir zufrieden. Eben! Ich will auch eine geregelte Arbeitszeit. Bleib du mal bei deinem Fall und ich bleib bei meinem.